Wie Sie sehen können, ist es nicht nur sehr trocken, aber auch sehr windig hier. Ich habe einen ganz starken Gegenwind und ich werde versuchen, den Ball geradeaus in diesen Wind reinzuschlagen. Nur wie Sie wissen, ist es beim Wind sehr wichtig, einen guten Rhythmus zu haben. Das ist leichter gesagt ausgetan und beim Gegenwind, unbewusst, schlagen wir automatisch schnell nach unten. Und was passiert? Man schwingt automatisch steiler und der Ball bekommt sehr viel Drall, rückwärts Drall und seitwärts Drall. Und der Ball fliegt überall hin. Heute werde ich zeigen, wie Sie beim Wind und sonst einen guten Rhythmus einsetzen können. Das Geheimnis liegt bei der Schultergeschwindigkeit. Achten Sie auf die Geschwindigkeit oder achten Sie darauf, wie schnell Sie Ihre Schulter drehen. Das wird nicht sehr schnell sein. Nun versuchen Sie, Ihre Hände und Arme während des Schwunges genauso langsam zu bewegen, wie die Schulter das tun. Es wird sich sehr langsam anfühlen. Sie werden aber auf diese Art und Weise mir Power aufbauen. Sie werden besser alles unter Kontrolle haben und bessere Chancen haben, den Ball gerade und weit zu schlagen. So machen Sie erstmal mehrere Probeschwinge und versuchen Sie es zu koordinieren, dass Arm- und Schultergeschwindigkeit gleich ist. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Ball beim Ausrollen die Hände und Arme so langsam wie die Schulter zu drehen. Dieser Ball ist gut geflogen, relativ flach, weil ich langsamer geschwungen habe. Wenn Sie zu schnell sind, fliegt der Ball sehr hoch. Was ist mit dem Abschwung? Es ist oft so, wenn Sie ruhiger ausholen, springen Sie ruhiger runter. Und damit Sie den Ball noch weit schlagen können, müssen Sie Ihre Hände benutzen. Während Sie Ihre Schulter langsam drehen und die Arme gehen mit, versuchen Sie, Ihre Hände so locker wie möglich zu lassen. Und auf diese Art und Weise, mit einer guter voller Schulterdrehung, werden Sie in der Lage sein, den Ball mit einem sehr ruhigen Rhythmus weit zu schlagen. Auch beim Abschwingen die Hände locker lassen. Und so sieht es von vorne aus, wenn die Arme den Schultern angepasst werden. Wichtig natürlich, vor allem bei Wind, ist Gleichgewicht behalten. Das wird aber jetzt einfacher sein, weil Sie ruhiger schwingen. So wenn Sie sich einen ruhigen Schwung wünschen, ohne Längeverlust, ist es sehr hilfreich, die Arme so langsam zu bewegen, wie die Schulter es tun. Wir sehen uns bald wieder.